es ist nicht anders machbar so hier kann man die abwehr nicht nutzen also was soll's was soll denn bauen wir hier noch das nächste silizium ding auf wo das wurde steht ist mir jetzt mittlerweile so egal hauptsache kommt so ein hauch an material noch mal rein jetzt was wir wollten vielleicht noch mal ja es geht natürlich nachts wir nehmen alle schaden werden alles ein bisschen angekokelt was reicht aber trotzdem nicht genau dahinter wollte ich noch was bauen jetzt so schön schön auszieht an die wand stufe 1 auf höhe 1 sagen wir stufe ich meine mit die höhe also jener höhen der er schwimmt wo man auch nicht gelingt das toll toll ja aber gleich stehen wir ganz nah am hang und ablassen ablassen und bitte nicht treffen ja solche dinger sind wichtig vor allem wenn es da mehrere sind vielleicht hilft das ein bisschen aber wenn sie dann reparieren wenn wir angreifen und die hälfte ist noch beschäftigt mit dieses permanente bombardement irgendwie zu verarbeiten das wäre dann auch schon mal nicht schlecht genau so was hier nämlich zum beispiel okay die da oben bräuchte ich ehrlich gesagt und wir warten ab bis sie in der mitte repariert 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 gerade irgendwie immer so ein bisschen so jetzt noch zusätzlichen schaden sind unendlich langsam reagieren nicht der hier greift auch nicht wirklich an oder greifen die an ja das war das war wichtig das war wichtig kann das okay jetzt sind zwischen zwei stehen dann können sich mehr gegen reparieren noch ein paar qualen dazu kommen und wieder ist was kaputt auch hier wieder sehr sehr wichtig immer schön den schaden aufrechterhalten eventuell müssen wir einfach noch welche machen und die dann wieder reinschicken so heißt die frage ist was machen wir jetzt viele kleine wieder dass sie nicht auf alle gleichzeitig schießen können weil es hat ja relativ gut funktioniert oder war uns weiter mit der artillerie vielleicht können wir auch mal so ein probieren wir mal wieder ein paar von den einnehmerviechern sehr gut dass der kriegt ja nichts aufgebaut das weiß er hoffentlich für 1 ein bisschen verstecken so war der platz gleich oje nein 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 bitte in frieden lassen danke so jetzt bräuchte aber auch wieder mal die ich habe wieder ein bisschen was an hier abwehr baumaterial können wir jetzt von unten hoch schicken das muss ja eigentlich funktioniert sehr gut wir haben doch noch ein paar vorbereitet gehabt da wird doch bestimmt wieder irgendwas hier ist feindfrei sehr schön direkt hoch schicken und hier ist auch nicht mehr viel interessant so da müssen wir hoffen dass der irgendwann repariert aber der fährt nur einmal im viereck und merkt dann ja ist eigentlich doch sehr unangenehm finden wir doch nicht gut hier so bitte bitte reparieren oder so ja komm nimm das mal ein hoffentlich wird das was und sofort abgefangen ist einfach zu krass so sobald die wieder fertig sind und zurück 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 nein 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 sofort bitte wieder auftanken macht er überhaupt nicht mehr ich hatte überhaupt nicht herum so die haben hier wieder schaden genommen hier ist wahrscheinlich auch wieder irgendwas ja was brauche ich eigentlich sind himmelsfahrts kommand oder das wäre das wäre so das nonplus ultra mal schauen wo der ist dahinten den einzelnen ne versuchen wir es mal zu schnappen es sei denn der hat natürlich jemanden der auf ihn aufpasst wäre das nicht gut sieht gut aus den darf ich mir zum beispiel leider nicht holen hoffentlich gelingt das hoffentlich gelingt es komm schon perfekt wenn sie weg machen juckt mich das ehrlich gesagt nicht so wie der ist noch beschäftigt hier haben wir hoffentlich wieder jawohl genau wir müssen euch da oben mal was auf dem turm aufbauen annehmen das mache ich nicht in dem eck das wäre schick weg ist es weg ist es also nur was machen wir da oben wieder kann auszillator bauen wie leicht sprung minen ohne schlechte idee wir können da oben drauf was bringt uns das irgendwie nicht ganz so viel ich habe wirklich angst weil ich muss mir also wir müssen uns drei von den forschungs laboren holen so das ist mal momentan phase okay dann wie wäre es mit einem einfachen nachfilport ganz stumpf okay das war leider ein bisschen zu stumpf so da sind die quallen schon wieder am start ja diese sobald die spreng geschichten kommen wird es unlustig der repariert auffüllen das würde da oben wahrscheinlich nicht überleben oder ich helfe mit so und ihr bitte das ding weg machen ihr könnt auch zu dritt schießen so ist es nicht na ja jetzt getroffen so jetzt muss man doch nach gott wie wie positioniert man die am besten dass man auch mal schaden machen kann vielleicht der laser wieder von der seite oder schießt ihr da auch gott hier endlich und zurück 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 bitte der ist glaube ich noch einmal reparieren und der will nicht zurück okay der ist auch besonders mutig heute habe ich jetzt den eigenbeschuss schaden genommen oder was ist hier gerade passiert ich muss sagen ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr aber stellen wir es mal da hinten auf was hoffentlich gelingt das darf ich ja leider sehr gut zwar geplatzt aber trotzdem war das gut so 123 warum wäre jetzt immer damit wieder los versuchen was einfach wir müssen irgendwie müssen wir da reinkommen und so viel wie möglich von diesem scheiß viel zeug ähm ja erobern weiter mal folgendes äh 2 haben wir hier bitte auffüllen ihr seid mal 2 nein seid ihr nicht ihr seid die 2 ihr seid die 3 und das ist die 1 ok ist eigentlich darf vorne offen wieso wollen sie da vorne nicht gefällt dir die lage nicht mein gott alles vor der quallen ich muss das mal entfernen das bringt ja alles nichts mehr oder kann ich dir auch entfernen die eigenen sachen naja kann ich warte ich muss das mal weg machen ich drehe ja durch ich kann so nicht arbeiten hier alles vor der quallen ist ne halt so macht das mal weg könnt ihr das irgendwie mal weg machen ich erfrag dieses qualle hier nicht mehr so jetzt haben wir 2 2 haben wir hier 3 haben wir da machen wir euch zur Nummer 4 und euch zur 5 ohje ohje hoffentlich wird das was sollte natürlich schönen schaden das ist gut so oh man den darf ich aber nicht den darf ich nicht anpacken so die 1 halt ach nein nein was machen die dümmlichen idioten hier die haben immer weiter angegriffen ok warum ja was mache ich denn was mache ich denn für ein quatsch nehme das ding und baue es wieder auf so was machen wir hier die machen wir hier die halt hier die halt hin oh gott alle krepiert wie ungünstig ach wie ungünstig hier kommt endlich mal ein bisschen das sind so viele quallen ich kann hier gar nicht mehr arbeiten ich kann die nachfeldporn nicht mehr setzen weil wahrscheinlich eine verkackte qualle im weg ist ah sehr gut uns der stunde genutzt ja das muss halt so 2 und 3 1 greift das mal an 2 und 3 müssen jetzt mit nein so hoffentlich oh gott das klappt auf gar keinen Fall mein gott walter ich muss jetzt alle gleichzeitig mir schnappen sonst sonst war es das die machen einfach keinen schaden seitdem er wird gerade repariert das wäre natürlich toll und er repariert sich jawohl das muss weg das scheiß Ding muss weg dann bauen die nie wieder irgendwas auf ach komm machen wir das erst genau dann haben sie den nämlich nicht mehr oh gott und tschüss und tschüss sag ich da nur so mach den weg der darf nicht reparieren der darf auch nicht davon kommen könnt ihr das schaffen kriege ich das irgendwie hin Junge das ist doch einfach eine gequirlte Scheiße ich hab's hier nicht gespeichert liest man dich einfach hinterher und dem in den Arsch treten einfach so ja kann wieder einer 100 Millionen 1000 Meter weit schießen 100 Millionen 1000 mein gott jetzt rede ich schon wie so ein Idiot aber ich wüsste nicht wie ich es anders machen soll also reden schon ja aber wir die wollen den Scheißdreck wieder auf ach gott ja schnappt euch den mal da oben falscher Knopf nee rechter Knopf wieso macht der das nicht ach weil so ein beschissener Ball dabei ist bitte hauptsächlich hab ich das gerade gespeichert hä oh man äh okay das ist auch das kann man das kann man anbieten äh ich weiß es einfach nicht wie wie soll ich das machen ach nicht doch die Scheiße lebt noch und die da oben auch ach nein nein wieso nehmt ihr auch keinen Schaden und wieso bist du ein Idiot Fragen über Fragen jetzt geht gar nichts mehr ich glaube die können sich auch gegenseitig treffen wenn sie übereinander fliegen fahren schwimmen nicht alle nein nicht alle nach Hause schicken ja Reichweite nutzen das ist auch gut ich glaube der eine hat dem anderen mich gerade von unten gegen die Hütte geschossen nach Hause gehen oh mach die Scheiße doch einfach weg mein Gott man ist es so schwer einzelne Gebäude Platz machen ich fluche schon wieder ich darf mich da nicht ich darf mich da nicht äh ach leck mich am Arsch ne wirklich das macht einfach keinen Spaß diese Scheiß Map ja komm auf machs weg top 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 ja endlich mal wieder ein Gebäude weggemacht richtig geil allerdings darf ich da nichts wieder vorne abbauen sonst schließen sie auf die falschen Sachen ja ich hab keine Ahnung aber das muss doch Moment mal ja aber wenn ich mir das schnappe dann ist eh wieder Feierabend oder komm ruhig bleiben ruhig ganz ruhig ganz ruhig schnapp dir einfach irgendwelche beschissenen das darf ich mir auf gar keinen Fall schnappen es sei nicht ich hole mir beide so den haben wir ja das da vorne wird nichts ah ich darf das Gebäude davon nicht verlieren das ist gut nicht nicht das hier beschießen bitte so momentan sieht es ganz gut aus ja hätte ich mal die nachgezogen so das reparieren sie denn damit die Abwehr schießt zum Glück nicht auf das Gebäude ich nun kurz was ist das hier guck mal das ist nichts was ich brauche ein Computer Center so hier hat noch mein Abwehrgebäude geknackt was ist das denn hier ich glaube ich schieße da gerade meine eigene meine eigene Hütte ab oder ne zurück 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 oh Gott der Rechner drehe ich wieder durch krasse Grafik hier wahrscheinlich ist es die ist aber auch die ist aber auch krass ok Biobomben ähm na 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 das können wir mal einnehmen spaßhalber jetzt sind wir was baue ich hier gerade für ein Quatsch sieht das aus wie eine Biobombe Moment mal ich mach einfach die Oszilloskop Geschichte hier unten rein das wär hier aber noch besser so haben wir den einen von denen jawoll haben wir so das muss jetzt was werden obwohl der kommt wahrscheinlich eh nicht an na ich dachte schon der krasse Superheld was er verspricht wie das mit einnehmen dieses Gebäudes zur Abwechslung mal dann war das erste schon mal im Sack und dann können wir hier arbeiten so schnell abtauchen 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 bauen von Oszilloskop hier hin so das haben wir eingenommen auch nicht schießen die nicht auf mich so dass der unten kann ich komplett vergessen vielleicht kann ich mich aber hier an den Rand schleichen wollen wir das dann schnappen cool alter Knopf oh man Anfängerfehler na gut eigentlich vollidiotenfehler oh sehr schön oh das muss gelingen das muss gelingen komm schon komm schon komm schon ja das war wichtig ja knallt ab ja wenn das hier beide weg ist dann schießen wir es geht hier ab krasser Kreis ein krasser Kreis ok ich muss ja gar nicht viel mehr machen ich muss nur noch zwei von denen einnehmen und dann habe ich es im Grunde genommen also jetzt kommt die große Einnehmungsarmee ja eigentlich ja der Punkt ist ja der ich hätte das vorher machen können einfach rüberfliegen mir das Ding holen so das ist aber nicht der Punkt der Punkt ist ich habe das ja schon mal gespielt und es war verpackt und dann ging es nicht weiter und wenn das nicht weiter geht weil vielleicht die Reihenfolge oder sowas nicht kaputt ist oder weil die Gebäude kaputt gemacht sind und am Schluss zählt danach wie viele stehen denn von den Gebäuden noch sagt mal und wenn ich dann vor dem Himmels scheiße achso das wird ah sehr sehr gut ok kunst du die Stunde nutzen äh zu spät oder ja nutze ich die Stunde eben nicht isch aber ich mache es jetzt nicht die da unten klein weil die da drüber schießen gerade alle eines der Forschungslaboratorien wurde in den Puls überhaupt nicht wie der mich dreckig anliegt das ist kein Forschungslaboratorium was hier gerade zerstört wurde naja das wird nichts ach Gott hätte ich doch die anderen jetzt sagen aber die brauchen wir dann in halbem Ewigkeit so Forschungslaboratorium ja genau jetzt angreifen hoffentlich sind die noch eine Weile beschäftigt zumindest einen mal ah der andere kann gar nicht der andere kann ja gar nicht und darf gar nicht schießen selber schuld so jetzt auf breiter Front angreifen dann fliegen auch alle Granaten ja vielleicht muss man die einfach nur auseinanderziehen so ein bisschen dann klappt das schon dann klappt das läuft so über das Gebäude drüber ist ja eigentlich artillery das sollte doch im Grunde funktionieren aber da habe ich natürlich wieder die Rechnung ohne ohne den Wirt gemacht ah ok das ja na jetzt habe ich es begriffen ich muss das Wenn einnehmen mit den kleinen Viechern habe ich da noch welche hier unten wäre jetzt echt von Vorteil ne oder nicht dann eben nicht aber gut jetzt haben wir zumindest mal jetzt sehen wir jetzt sehen wir ein Licht am Ende des Tunnels ich habe da ehrlich gesagt noch ein paar mehr naja komm oder ne jetzt ist es eh zu spät jetzt ist es zu spät gut aber jetzt kann ich da ah Moment äh jetzt könnte ich mit Sprungminen arbeiten wir holten da Sprungmine rein das sollte funktionieren wenn noch eine Biobombe dazu passen würde das wäre natürlich ein Traum was war das wieso wurde jetzt gerade wieso wurde die jetzt abgeschossen die Drohne nächstes Mal da steht auch gar nichts von wegen ähm Biobomben oh je hoffentlich wird dahinter das nicht gleich zerfetzt runter 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 jawohl oh ne lass das dahinter losstehen das Gebäude lass mir ja das Gebäude stehen wer schießt das doll okay kommt mal schnell nach Hause ist okay nein hier noch da und du ach kommt nicht aber ihr seid so Idioten ich wünschte ich könnte euch irgendwie zurückgeben oder ins Heim stecken oder irgendwie sowas so wie wenn ihr Hip Hop hört kommt jetzt heim alles klar oh shit das wird durch einen Querschläger den Löffel abgeben oh oh und da kommen die ersten Qualen nein jetzt muss es schnell gehen ne die kriegen garantiert gleich einen Querschläger ab wieso haben die denn keine ihr repariert das doch mal seid ihr doof jetzt sehen wir ich hab kein Geld mehr jetzt kauft euch doch kein Mensch ab genau das der Querschläger hat zum Schluss gerichtet scheiße jetzt haben sie noch volle Energie okay dann müssen wir wirklich mit einer verdammten Armee aus diesen kleinen Scheißerchen dann kommen ich möchte die hier unten aber nicht produzieren ich hab jetzt mittlerweile schon keinen Bock mehr die zu bauen auf die Tasten zu drücken ja sind auch schon wieder über eine Stunde die ich jetzt hier dran sitze sind eine Stunde es ist eine Stunde okay also keine Sprung Dinger ja das können wir aber machen den könnte ich jetzt angreifen der ist das Problem glaube der ist das Problem ich hätte den Oszillator nicht bauen sollen der macht alles macht alles kaputt und sie reparieren es nicht mehr aber jetzt wurde ja noch machen sie es noch reparieren sie es oder reparieren sie nur die nicht oh shit oh shit das Ding ist schon gebaut verdammte Scheiße greift das da unten an greift das da unten an oh scheiße man wieso reparieren die das Ding auch nicht jetzt muss ich echt meine eigenen Sachen weg machen damit die damit es dir klar geht oh oh scheiße 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 okay das speichere ich jetzt nochmal auf einem anderen Speichestand 5 2 oh oh fand ich gut ja wir haben es wieder welche nicht aber repariert zumindest oh verdammte Scheiße und ich freue mich noch dass sie das Ding da gebaut bekommen wenn ich Pech habe äh war es das jetzt ne ja okay noch noch geil geil ja wohl schön schaden was ist das denn Invader oh man die müssen wir eigentlich holen und dann müssen wir das im östen weg machen oh ne mach das mal weg hier das ist wichtig aber hoffentlich nützt kein Schaden das Gebäude ne 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 nein nicht weiter angreifen okay so wo sind die also genau oh man ich habe sie noch nicht gebaut langsam aber sicher oh man und was ist wenn ich das ganze oh oh was ist wenn es immer noch verpackt ist dann habe ich das hier alles umsonst gemacht okay komm laden wir auf und hier kommen auch wieder nachfüllpots okay 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 hier könnte man mal ein Abwehrgebäude hinsetzen eigentlich nicht ein Abwehrgebäude sondern mit Abwehr hat das hier eigentlich nichts mehr zu tun was wir hier machen äh da unten so zack was in die Reichweite nicht stimmt ich speichere sie jetzt nochmal ab müssen wir warten bis sie fertig ist da wir jetzt also nicht mehr speichern gut ähm ja was machen wir da müssten eigentlich drüber fliegen und die Gebäude einnehmen aber ja das ist alles da der Quatsch was ich mache vielleicht ablenken damit der in Ruhe arbeiten kann oder so komm schon komm schon okay erst ist es nicht geglückt zweit ist es auch nicht geglückt ich muss gleich nochmal laden ich schnapp eins dahin doch da sind es die drei und das zählt gar nicht als eins wir müssen ja von diesen verdammten bringen sie mithilfe der Usurpa-Subs die Forschungslaboratorien der Black Octoboy im Norden Niergewalt achso alle ne das mit den dreien waren nur die Usurpa genau so wir nehmen die Schaden sieht nicht danach aus oder wir hinten zu fetzen die Geschichten langsam auf man können sie auch nicht mehr ja ich habe keine andere Wahl ich muss ich muss wirklich ähm muss hier mit arbeiten ich kann äh ich muss mich hier nach Osten vielleicht erstmal vorwagen das wäre auch eine Idee wer schießt lass mir bloß die äh lass mir bloß in Frieden ja das bewegt sich nicht mehr so viel ach Gott ich bin doch ein Idiot so ohne Anzeigen haben wir doch mal V ne ach Gott hier bestimmt wieder so einen beschissenen Schutzschirm hier genau hier geht das nämlich ah ok den könnten wir uns mal schnappen komm direkt zu einer 3er Batterie Attacke und ihr schnappt euch den da oben ah sehr schön wenn wir die haben dann haben wir auf jeden Fall wieder was haben wir was gewonnen servus als weiter als als weiter oje komm schon komm schon komm schon na verdammt ja ja das ist auch gut ja das ist auch gut der hier muss weg komm schon komm schon ach man hier müsste ich da drin was bauen da drin äh unten vielleicht noch welche ne aber das ändern wir mal das ist ganz günstig so wieder die lahmarschige langweilige mies Taktik hier unten aber interessiert mich nicht interessiert mich nicht wir machen das trotzdem ok dann kann ich aber wirklich von hier unten mal die die Kollegen nehmen oder obwohl hier wäre jetzt die Arzellerie wieder besser dann kann ich von den von hinter der Wand kann ich die schon mal ein bisschen behaken jo Säure das bringt ja auch nicht viel na gut mach du mal die andere Schichte oh man oh man oh man oh man wünschen das Radar würde was bringen dass man vielleicht damit die Sachen machen könnte ich eigentlich machen wollte so der kann wieder schön das ist gut das ist sogar sehr gut warum wir das schön niedrigste Gangart und dann uns hier reinsetzen mit einem nee da oben möchte ich direkt machen wir es doch direkt versuche mal so weit zu kommen wie ich kann nein bleibst du unten du Hund bleib unten nein 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 bräuchte ich ah aber nicht darf ich es da bauen ein bisschen Eigner dran oder findest du nicht dann einen Meter dahinter und wenn das nicht funktioniert was ist das achso der Ball ah ich verstehe ja hab da oben du Depp ach man ja bewegt dich oh einmal einen falschen Klick und schon ist es wieder vorbei mein Gott ist das nervtötend ja runter mit dir du Schwachmat oh dass ich denen alles sagen muss die sind wirklich wie so wie so weiß nicht Deppenhals so wie was denn hiermit auf Stufe 2 und dann einfach davor so langsam habe ich keinen Bock mehr mal wieder habe ich so langsam keinen Bock mehr runter taucht ab man abtauchen ne wieder nicht toll ein toller Plan geht wieder nicht auf kann ich jetzt angreifen ach Gottchen das funktioniert oh meine Fresse es funktioniert dann bauen wir hier so ein Nachfüllpot auf da drunter ah sehr gut sehr gut ok dann kann ich also erstmal nicht so viel bauen ja dann machen wir halt da die was machen wir da Sprungdinger oder Quallen das kann echt nicht sein dass man sich an so eine Abwehr so heranschleichen muss und vor allem eine Milliarde Knöpfe drücken muss jetzt so langsam kann ich es echt nicht mehr kann ich es echt nicht mehr sehen und dann das hier mit dem Umgeklick immer diesen extra Klick noch zusätzlich oh oh ach leck mich doch ja beide abgezirkelt man komme ich auch wieder nicht ran scheiß Dreck verdammter ich glaube das wird auch schmerzhaft gut den haben wir oh man das ist so ein scheiß Dreck komm äh Quallen also halt zu meine Fresse das ist halt nicht irgendwie vernünftig mal geht mit normalen Angriffseinheiten die kommt halt nicht dagegen an aber das ist bei mir war das auch nicht so krass oder als ich die dass ich selber bauen konnte dass die auch nicht irgendwie mal dass ich nicht ein Knopf hat von wegen niedrigste Gangart du Idiot oder so dann wäre ein Knopf super Knopf eine Taste ach komm von mir ist auch ein Knopf mir doch egal okay das ist gut okay äh Quallen ja so langsam weiß ich echt nicht mehr was ich hier noch machen soll vor allem ich muss ich muss mir nur diese scheiß zwei Gebäude hier holen ne drei oder was auch immer oder wie viele das sind aber wenn ich sie habe dann kriege ich vom Feind auf die Fresse und das ist irgendwie nicht so geil ich weiß auch nicht warum jetzt wäre es natürlich toll wenn die irgendwie mitziehen würden ach ja da hat man ein paar mehr das ist ja wieder scheiße dazwischen sehe ich doch gleich wo denn ne 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 und dann einfach die scheiße da einnehmen machen wir das mal ich kann es nicht mehr sehen langsam ich kann es nicht mehr sehen ja kurz ähm nein komm wir schnappen es einfach alles dann sollen sie auf alles mal feuern ist mir doch egal okay das ist vielleicht ein bisschen dumm was ihr hier gerade macht und mit ein bisschen meine ich das ist so abartig verblödet jawohl den ersten haben wir kannst da hinten vielleicht rein du fährst mal weiter du holst hier mit dem Kollegen zusammen denn eines der forschung singen ich bin da noch gar nicht ich jo dass gesch ja иях ja oder gel nicht gelungen ich glaube mich wie wie sich das wohl anfühlen würde wenn jetzt noch der Typ da die ganze Zeit labern würde Einheit fertiggestellt Einheit bereit Einheit fertig gemacht ich glaube dann würde ich wirklich Amok laufen dann wäre es wirklich der Punkt wo ich sage jetzt ist Feierabend ihr habt es geschafft ich gehe von alleine auf ihr dämlichen Nassbirnen ok das Problem ist ich kann sie auch nicht reparieren so die müssen sich mal um ihn kümmern damit ihr deine Mutter wurde zerstört so sieht es nämlich aus ok was machen wir jetzt kriegt das hin ja wenn nicht dann knallt es halt ab ist mir auch mir egal aber den kann ich nicht beschießen den müssen wir uns so holen wenn ich den ganzen Truppen nehmen ja das ist natürlich super intelligent der Superidiot der Superidiot so das hätten wir gut nächstes vielleicht sich mal hier oben im Norden aufhalten mal alles einnehmen oh Gott ich sehe schon die ganzen Querschläger wieder hier lasst doch die Gebäude stehen ihr Affen eines ja es wird das jetzt zerstört ich werde doch hier nicht jetzt der Linie nach angreifen wollt ihr mich eigentlich verarschen ok dann im Doppelpack mehr machen wir jetzt gar nicht mehr schnappt euch nur die wichtigen Gebäude oder greifen sie ja dann greifen sie wahrscheinlich mich an oder greifen sie mich an wenn ich die eingenommen haben sollte ich kann die auch nicht verkaufen ich kann nichts damit machen ich kann sie mir nicht mal was weiß ich was aufs Brot schmieren ja und dürfen halt nicht schießen weil die schießen oh so viele Querschläger bitte nicht die hatten wir gut zurückziehen wenn das hier was geworden ist sehr gut zurückziehen oje hoffentlich ist das nicht eines von den Gebäuden das wir brauchen nein was ist das ein wer schießt oh man ich ertrags nicht mehr ich ertrag auch die lange langsame Spieldings nicht Spieleinstellungen normal aber wie es auch schnell macht dann das ganz 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 dumm die Idee so jetzt mal gucken klappt das denn einzelne schicken wir einzelne rein weil einzeln ja das bringt es richtig viel komm schon ja direkt zum nächsten und ihr marschiert auch direkt weiter ob nicht gelingt das da rechts oben jawohl macht das doch klar ach man bewegt euch doch aber nicht alle ihr dummen dumpfbacken so dann knallt wenigstens ab sauber haben die es gemacht Idioten oh oh nein 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 oh nein macht es kaputt macht es kaputt auf zu schießen stopp 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 Junge Alter Latz genau in der Sekunde krepiert das scheiß Ding im Grunde genommen muss alles schon weg sein oder und wieso repariert ihr nicht man ihr habt doch so viel Kohle ah ihr nervt mich einfach nur noch so abartig es ich finde keine Worte dafür ich weiß nicht was ich hier machen soll komm mal diese scheiße einfach nicht ran ich kann natürlich jetzt sagen wo ja aber das möchte ich ja gerade nicht aber das Dreck Ding da hinten darf ich mir nicht holen weil das schießt nämlich alles kaputt versuch's mal dann sehen wir was passiert ach ja wenn ich die aber nicht ne die schießen trotzdem alles weiter ne hoffentlich ah vielleicht schießen sie ja gar nicht auf die anderen Gebäude das wäre auch ne Idee jetzt schießt er auf den da jetzt wollen sie aufeinander schießen aber er schießt nicht okay lass das ohje und wieder wurde eines zerstört welches jetzt das zeigt hier ich hab keinen Bock mehr ich hab echt ich hab wirklich äh absolut keinen Bock mehr das ist so ein Dreck und das macht halt echt null null äh lust äh lust was ist denn für ein Idiot schon wieder so ein okay das hab ich das haben sie abgeknallt okay jetzt mal gucken ne wir schießen sobald ich mir die Abwehr schnappe ich hab keinen Bock mehr ich sag's was ist es ist einfach nur zum Katzen die ganze Scheiße und das kriegen sie auch nicht gebacken ey was sind das für Lappen für Dümmliche so viel Scheißabwehr steht hier und sie kriegen die Gebäude nicht klein warum zurückziehen ja zurückziehen heißt bei ihm ich fahr erstmal nach oben denn ich bin ein dämliches Arschgesicht und greife einfach nicht an sondern mach was ich sonst möchte lesen die mir noch ein Buch Junge 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 oder muss mich jetzt aber beeilen ne das macht einfach keinen Spaß und wenn ich der Punkt ist halt ich kann jetzt da reingehen kann sie mir alle holen so dann werden sie vernichtet das interessiert aber keinen weil die nächste Sache freigeschaltet wird und dann muss ich quasi die rausholen wenn das gelingt dann muss ich unten die platt machen so Spoiler Arschlecken so wenn ich hier die ganze Geschichte aber so mache das letzte Mal hat das so nicht funktioniert deswegen würde ich gerne gucken dass die überleben diese scheiß Gebäude weil einfach nur holen ist einfach Arschlecken Arschgeleckt hab ich keinen Bock mehr so hoffen wir dass es dann auch hinhaut dass es ihnen gelingt aber da ist noch mehr Scheiße noch eins so jetzt haben wir 1,2,3 müssen über alle holen eins von den Gebäuden wurde vernichtet noch eins wurde vernichtet aber es kommt keine Nachricht warum auch immer hat nicht ganz geklappt war hat nicht ganz geklappt es hat nicht ganz geklappt so das kann man auf jeden Fall weg Scheiße den brauchen wir natürlich nicht so anstrengend anstrengend so nimmt er ganz einfach was ihr wollt ist okay so nicht gelungen nicht gelungen gelungen die Labors wurden erfolgreich eingenommen sobald wir die Forschungsergebnisse von irgendwem haben gesichert haben werden wir dieses Wissen aus den Laboratorien und und so weiter und so fort also in Kürze werden drei Artefakte oberhalb der Forschungslaboratorien auftauchen verteidigen sie diesen Bereich bis sie keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier haben na gut na gut jetzt haben die eigentlich keine Nummer was soll der Schwarz denn tjoo 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 genau jetzt können wir sie mal einnehmen ohje ja geil voll die Artillerieabwehr durchgefahren auch ganz gut ja auch nicht schlecht auch nicht schlecht komm einfach mal verteilen alle Gebäude einnehmen dass sie beschäftigt sind falls sie jetzt hier auftauchen einnehmen einnehmen Vielen Dank.